Moin Leute, willkommen zu einem kleinen Bilder-Video. Also, zur Erklärung, wir haben jetzt beide 15 Minuten Zeit, um ein kleines Haus hier auf dieser Fläche zu bauen. Nashi auf der Fläche. Und am Ende bewerten wir das dann gegenseitig und ihr könnt auch in den Kommentaren schreiben, wie ihr das findet. Achso, ja, und Nashi ist auch dabei. Hallo! Also, 15 Minuten ab jetzt. Oh Gott, ich muss ein Haus bauen. Ich bin nicht gut im Häuser bauen. So, dann hätten wir das Grundriss schon mal. Ja, ich habe auch fast meinen Grundriss schon. Oh Gott, ist das hässlich. Ich muss ja jetzt schon anfangen zu kotzen. Ich dachte, das wird schön, was ich hier baue. Ich glaube, das stimmt auch. Ja, ich denke sogar, meins wird relativ schön. Ich glaube, ich. Aber halt mit dem Timer ist es halt so ultim. Ja, es ist stressig. Ich war bei mir halt noch 15 Minuten und ich brauche mindestens eine halbe Stunde länger, um so ein schönes Haus zu bauen. Safe. Äh, ich, Gott, ich werde das doch gar nicht. Ich habe ja noch... Ach, warte mal, wir spielen hier mit Mods. Hier gibt es so Betten und so. Ähm. Ja, Deko-Kraft, nennt sich der Mond Deko-Kraft. Deko-Kraft. Oh Gott, das Holz sind schön eigentlich. Ich habe eigentlich fast gar keinen Plan gemacht, wie das ungefähr werden soll. Also, ich habe so ein paar Ideen gehabt, aber... Ja, ja, ich auch. Aber ich habe auch keinen Plan, wie man es am Ende aussehen wird. Ja, ich hatte eigentlich nur Ideen, was die Einrichtung angeht. Vom Außen her, das muss ja auch noch schön aussehen. Oh Gott, wir haben nur noch 10 Minuten. Oh Gott, ich werde viel länger dafür brauchen. Ich auch. Ey, wenn wir beide nicht fertig sind, dann machen wir nochmal 5 Minuten Bonus, oder? Denn das dauert viel länger. Mehr Bonus, ich werde es niemals schaffen. Oh Gott, ja, scheiße, ich brauche ja auch noch ein Badezimmer. Ich habe es so hart verkackt. Ist das so wie so? Ihr euch auch. Ich habe noch nicht mal mein Badezimmer. Ich habe noch nicht mal mehr Platz dafür. Ich habe auf jeden Fall richtig alle Ideen für meine Einrichtung. Ich bin gerade so hart am Butterflyen. Ich drücke gerade so schnell mit meinem Zweig- und Mittelskling auf meine Maus drauf, dass ich am schnellsten baue. Ja, aber am schnellsten ist ja gar nicht so wichtig. Es ist einfach nur Schirm zu bauen, das ist wichtig. Und das in 15 Minuten. So, Dach ist fertig, Dach ist fertig. Oh Gott, sieht das Haus hässlich aus? Mein Dach ist auch fast fertig. Ist vorrühlen Kotzenkehen. Äh, gibt es hier eh eine schöne Fenster? Heilige Scheiße, was gibt es hier alles? Nee, jetzt fängt die Entscheidung an. Ich muss auch erst mal gucken, was alles so Geiles gibt. Ich nehme hier so eine Scheiße. Alter, ist das riesig. Äh, was gibt es noch? Gibt es hier irgendwo auch mal was? Da, ein Schreibtisch. Da, normaler Schreibtisch. Einfach ein stinknormaler Schreibtisch. Wo soll ich den hinbauen? Hier, hier, hier kommt meine Gaming-Ecke. Jetzt beginne ich mit der Innenanrichtung. Nein, ich hab den Boden abgerissen. Oh Gott, der Druck ist da, der Druck ist da. Ja, wir haben nur noch eine Minute. Also ich wäre ja dafür, dass wir nochmal Bonus-Fünf-Minuten geben, aber dann auch wirklich vorbei ist. Dann komm rein, kann sich da hinsetzen. Okay, wir haben noch eine Minute, eine Minute. Jetzt können die noch mein Bad anrichten. Ja, ich brauche erstmal eine Tür nochmal. Ich hab mich nicht mal eine Tür mit abgerissen. Okay, schnell. Jetzt muss wirklich alles schnell gehen. Jetzt muss wirklich abplatzieren. Einfach platzieren. So. Ich bin sogar fertig. Ich hab das Nötigste. Scheiße, hier ist auch keine Tür drin. So. Ja, ich brauche natürlich schnell eine schöne Tür. Da kann ja auch wirklich nichts ausgeben, weil man so viel Zeit die Bucke hat. Also ich bin fertig. Wir haben noch, ich hab keine Ahnung, sieben Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Vorbei. Jetzt hier klingeln. So, Nashi, ich würd sagen, äh, ich komm mal rüber zu dir, ne? Ja, 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 warte ich, ich konnte gar nicht reden. Also, hier ist meine Kar... Hier ist mein Sofa, da vorne, äh, da vorne mein Fernseher. Ja, er ist sehr weit entfernt. Hier ist Licht, hier ist nur... Wie steht man auf? Achso. Mit Schlüff. In einem Angr... Und hier geht es in mein, in mein Badezimmer. Ja. Cool, wie komm ich jetzt wieder hoch? Nachdem ich, äh, meine Geschäfte erledigt hab. Ich hatte keine Zeit, meine Leiter zu bauen. Ja gut, dann präsentieren wir mal mein Haus. Warte, guck mal. Bisher hast du hier ne schöne Einlagstür. Ja, guck hier sogar ein Pömpel. Wieso ist die Zahnbürste nicht immer mehr auf dem Waschbecken? Wieso wird dich alles einfach, einfach ausgetäuscht? Jetzt. So, und go. Okay, sieht, äh, sehr cool aus. Wieso hast du das Sack, das ist, das Sack feier ich nicht so. Äh, das ist ein Bad. Ey, wieso gehst du immer? Wieso gehst du den Scheißen? Hier ist meine Küche. Fetter Fernseher natürlich, Logo, gell. Äh, die war... Äh, die fernsteht ja da gar nicht irgendwas. Ja, und hier ist meine Game-Ecker, um meinen Schlafzimmer. Oh, okay. Der sieht ganz geil aus. Jung, jung. Oh, also, wenn man das nochmal von außen vergleicht. Ja. Bei mir? Heslon-Klotz. Bei dir? Holz-Klotz. Ne, aber dein ist ganz schön. Also besser als meins. Ähm, wo ist eigentlich die zweite Etage? Wie geht's noch mal weiter nach oben? Äh, die zweite Etage ist... Ne, 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 die ist hier. Das ist hier in meinen Schlafzimmer. Ja. Äh, ich würde sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal gern ein Like da und ein Abo. Ähm, bewertet noch, welche dieser zwei Rachtstücke euch am meisten gefallen hat. Meinst du natürlich, meinst du es am schönsten. Ähm, äh, schaut bei Nashi vorbei und hier... Hier, in der Ecke, findet ihr noch ein paar Videos. Hier könnt ihr abonnieren. Hier ist auch Nashi's Video, äh, bei der Mystery haben wir gespielt. Ähm, ja, bye bye. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.